Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMT Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Also, mein Kanal heißt ja, oder dieser Kanal heißt ja eigentlich My GIMT Tutorial Channel. Das war der Ursprungsgedanke, diesen Kanal zu errichten. Ich hatte vorher einen Kanal, der hieß My GIMT Channel. Den habe ich aus eigener Dummheit verloren. Den gibt es auch noch, da sind auch noch ein paar Videos und so weiter. Und hat nicht unbeträchtlich an Aufrufen, dieser Kanal. Und dann habe ich eben vor drei Jahren etwas zurück, oder vor drei Jahren, länger als vor drei Jahren, diesen Kanal hier, diesen neuen Kanal, eingerichtet. Und ich dachte mir damals, ich fange gleich mit der Entwicklerversion an, hinsichtlich dessen, dass bei GIMT 2.10 sich vieles verändert. Die Grundstruktur von GIMT wird sich extrem und total verändern. Ja, es wird 16-Bit Bearbeitung möglich sein, 32-Bit Bearbeitung möglich sein. Ich meine, die Filter verändern sich dementsprechend auf dieser Gaggle Engine, also auf dieser Bibliothek, die neu dazugekommen ist. Also die neue 0.3er Bibliothek sozusagen. Und diese Filter werden immer besser. Was dazu kam bei GIMT 2.9, ist es möglich, eben gleich das zu sehen, was man verändert auf dem Bildschirm. Ja, das kannte man, oder kann man bei 2.8 eben nicht. Das sieht man nur im kleinen Fenster irgendwo bei unscharf maskieren oder was. Da muss man da irgendwie ein Auge suchen, um zu sehen, wie scharf irgendwo was wird. Das sieht man eben bei GIMT 2.9 gleich von vornherein auf dem kompletten ganzen Bild. Und das war meine Absicht. Und, ja, GIMT 2.10 wird ja bald kommen. Wir sind ja schon jetzt bei der Entwicklerversion 2.9.7 gelandet. Und, ja, mittlerweile bin ich bei knapp 700 Tutorials angekommen. Und da eben in der Überschrift steht, in eigener Sache, möchte ich, ja, mal vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, wie man meinen Kanal findet. Das ist ja mal wichtig. Also, wenn ihr vor eurem Rechner sitzt, startet ihr euren Webbrowser. Logisch. Was auch immer für einer das sein mag. Und gebt oben in eurer Suche ein. My GIMT Tutorial Channel. So. Und wenn ihr das eingegeben habt, dann kommt ihr hier schon auf YouTube. Seht ihr das angezeigt. Und da kommen eine Menge Einträge, logischerweise. Und hier könnt ihr einfach mal da draufklicken und schauen, aha, da kommen wir direkt zu dem Sein Kanal hin. Und da ist natürlich auch gleich mal ein Begrüßungsvideo. Und dann kommt ihr sofort hier auf den Kanal. Und da, auf diesem Kanal könnt ihr natürlich unter anderem die einzelnen, ähm, ja, wie sagt man, Playlists sehen und die auch dementsprechend aufrufen, ja. Ähm, ich hab hier Playlists von, Entschuldigung, erstmal hier mein herzlich willkommen Video, ne, das kann man sich ruhig mal anschauen, kein Problem. Dann hier diese Uploads komplett, welche Uploads, dass ich gemacht hab. Dann hier 2.9, da geht's eben, GIMT 2.9 von den meisten aufgerufenen bis herunter zu den wenigsten. Ähm, ne komplette Playlist hab ich hier für, äh, GIMT 2.9. Und ich hab dann hier Punkt 2.10 dazu geschrieben, weil es ja auch bald soweit ist, ja. Dann hab ich eine Darktable Tutorial, ähm, Liste, ähm, da sind auch einige Videos drin. Dann hab ich eine Raw Therapy Quicktip Liste, da hab ich so ein paar Videos gemacht, die sind nicht, äh, also die ist nicht besonders groß, ich weiß nicht, wie viele es sind, sieben, acht Videos vielleicht. Dann hab ich, äh, mit GIMT 2.9 diese Instagram-Filter-Effekte nachgebaut. Da hab ich auch eine extra, wie sagt man, äh, Playlist gemacht. Dann hab ich natürlich eine GIMT 2.8 Playlist, da kann man mal vergleichen. Und eine Playlist hier mit dem Freistellen, da hab ich aber auch nicht mehr allzu viele Videos drin, aber da kann man auch mal vorbeischauen. Dann hab ich eine Lightzone Tutorials, ähm, Liste, da sind auch so einige Lightroom Tutorials, äh, Lightzone, muss man sagen, Tutorials drin. Und dann hab ich noch eine Retuschieren, ähm, ja, Liste und, ähm, noch eine Open Source Liste. Also die findet ihr natürlich dann auch irgendwo hier in dem Bereich. Hier Playlists, da könnt ihr es ja alle sehen. Äh, was mir wichtig ist, ich hab jetzt hier eine Abonnentenzahl von 6.664 und bin jetzt auch mit diesem Kanal oder dieser Kanal ist über eine Million Aufrufe. Da kann man über einen Kanal, äh, Info kann man das sehen. Eine Million 23.000 und da hab ich so ein paar, äh, was weiß ich, noch ein paar, äh, Worte hinzugeschrieben, damit man den Kanal findet, wenn man auf GIMP, wenn man GIMP eingibt. Und hier einfach sind dann alle Videos. Und, ja, mein Anliegen einfach ist das, ich hab mir jetzt in den letzten drei Jahren wirklich, wirklich viel Mühe gegeben, um, ja, äh, die Leute oder euch oder die neuen Menschen, die hierher finden oder GIMP Interessierte daraufhin, äh, vorzubereiten oder ihnen zu zeigen, wie man verschiedene Dinge mit GIMP erreichen kann, was man damit machen kann. Und, ja, es ist ja nicht so, die meisten glauben ja immer noch, da macht man nur irgendwie eine Grußkarte mit einem Blümchen für die Mama, ja, aber das ist eben nicht so, sondern man kann mit GIMP mittlerweile, also in der 2.9 Entwicklerversion und natürlich dann später auch logischerweise mit 2.10 oder 3.0, was dann folgen soll, ähm, natürlich richtige Bildbearbeitung machen, wie mit Photoshop ähnlich auch. Und, ich hab jetzt, wie gesagt, einfach mal gedacht, ich, ähm, zeig euch mal einfach hier das nochmal, und zwar, ich hab, bin dann jetzt hier von der Übersicht, ne, also wenn ihr eingeht, mein GIMP Tutorial Channel, in der Suchmaschine kommt ihr hier hin, dann geht ihr auf Videos. Und, ich möchte euch einfach sagen, ich hab, wie gesagt, mir sehr, sehr viel Mühe gegeben und immer versucht, hier auch, äh, ja, euch alle anzusprechen oder die Menschen anzusprechen, die sich für GIMP interessieren und, ähm, wenn ich jetzt hier mal runter schaue, ich hab so viele Tutorials, äh, das ist zwei Monate alt, das hat noch nicht mal 200 Aufrufe. Oder hier ein Tutorial drei Monate alt, 224 Aufrufe, 198 Aufrufe. Also, ihr seht hier, knackig warmer Fotoeffekt, das ist doch einfach, ja, 213 Aufrufe. Und so weiter, und so setzt sich das fort, vier Monate. Es gibt, äh, Videos, die sind alt, äh, fünf Monate, haben, hier, zwar noch nicht mal 200 Aufrufe. Ich hab, äh, Videos, die sind noch älter, ja, drei Jahre alt, zwei Jahre alt, ein Jahr alt. Hier, ähm, mit acht Monaten, mit 360 Aufrufen, hier, acht Monate, 300 Aufrufe. Und so weiter, und so setzt sich das fort. Und ich hab jetzt mal geschaut, hier, es gibt so viele GIMP-Kanäle im englischen Bereich, vor allen Dingen, die haben dann hier so irgendwie beim Video zwischen 20.000 und 30.000 Aufrufe. Klar, ich hab keine, ich rede kein Englisch und so. Aber ich find einfach, äh, mein Kanal, find ich ein wenig unterbewertet. Das sag ich ganz kritisch und offen. Und da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, schon gar nicht meinen Abonnentinnen und Abonnenten, weil die sind ja alle da und, äh, ähm, schauen sich meine Videos natürlich an, logischerweise. Und, aber wie gesagt, ihr seht es hier, purpurfarbener Effekt, noch nicht mal 600 Aufrufe, ja. Und, ähm, das ist halt ein bisschen einfach auch entmutigend, weil man ja, ja, sein Herzblut da reinhängt und möchte dann natürlich dementsprechend auch die Leute erreichen und dementsprechend auch eine Rückmeldung bekommen. Hier hab ich von Pep Guardiola ein Foto als, äh, Charakterfoto gemacht. Das hab ich dann an Bayern München geschickt. Der hat mir eins zurückgeschickt, eine große Version mit, äh, ja, mit einem Autogramm von ihm und hat sich recht herzlich bei mir bedankt dafür. Und das hat 920 Aufrufe und ich hab da so viel Arbeit reingesteckt. Und, ja, und das ist halt ein bisschen entmutigend. Ich muss sagen, ihr merkt es, ich bin ein bisschen, äh, traurig darüber, ein bisschen getroffen auch. Ich hab mir viele Monate Gedanken gemacht, ob ich überhaupt mal so ein Video machen soll, wo ich das sage, Mensch, hey, das ist mir irgendwie wenig, ähm, und hier auch 335 Aufrufe in zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob ich so viel falsch mache. Es kann ja auch sein, dass es an mir liegt, dass ich, äh, einfach, äh, nicht gut rüberkomme, dass ich zu schlecht erkläre. Vielleicht bin ich den Leuten auch unsympathisch, wer weiß das alles schon hier. Da hab ich, äh, dieses Mischwesen gemacht, ne, und hab das zusammen gemacht, randlose, äh, Verbindungen. Hat doch gerade mal 1000 Aufrufe vor zwei Jahren gemacht. Oder hier diese verschiedenen, äh, ähm, Weichzeichnungsformen, ja. Äh, äh, noch keine 900 Aufrufe. Oder hier dieses Dämonische Auge, was auch ein sehr, ähm, wie sag ich, wie soll ich das sagen, das ist ein hoher Aufwand, das zu machen, dass es so aussieht, wie es hier aussieht. Und so weiter. Hier Schwarzenegger ausgeschnitten, ähm, ähm, Charakterbild gemacht. Noch keine 1000 Aufrufe. Und ich weiß nicht, an was es liegt. Es kann ja auch sein, dass es an mir liegt. Ich wünsche mir einfach, dass ihr mir mal schreibt, äh, oder in die Kommentare dieses, äh, Videos jetzt hineinschreibt. Liegt es an mir? Was kann ich verbessern? Ähm, bin ich zu unsympathisch für die Leute? Ähm, warum habe ich so wenig Aufrufe sozusagen? Insgesamt natürlich. Und auch nach drei Jahren so wenig Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, ich wäre für jeden Tipp dankbar, weil, wie gesagt, das ist auch sehr entmutigend. Das könnt ihr euch natürlich selbst vorstellen, wenn ihr euer Herzblut da reinhängt und habt dann nach drei Jahren irgendwie beim Video, äh, das gar nicht so schlecht sein kann. Eigentlich im Grunde genommen, äh, 350, 500 Aufrufe. Das ist natürlich nicht so schön. Hier zwei Monate in Grave. Zack. Ja. Okay. Also, ich, äh, würde euch bitten, seid doch so freundlich. Schreibt mir in die Kommentare rein. Äh, Michael, deine Art ist zum Kotzen oder was weiß ich was oder, äh, du hast es nicht drauf oder, äh, selbst schuld und so weiter oder wie auch immer. Oder was ich verbessern kann. Das wäre mir wichtig. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Und, ähm, vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp für mich. Und, ja, ich mache hier wieder zu. Und, herzlichen Dank fürs Schauen und über jede Rückmeldung freue ich mich. Ansonsten geht doch mal auf diesen Kanal, so wie ich es gezeigt habe. Vielleicht ist ja doch noch das eine oder andere Tutorial dabei, ähm, das euch interessiert und wie auch immer. Okay. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis dann. Schauen und bis dann.